Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Dieses Mal kommen wir zum 72 Stunden Test-Fazit-Video zum neuen Apple iPhone 5C. Ihr seht es bereits, es ist die grüne Version und wir versuchen das Video ein bisschen strukturiert hinzukriegen. Deswegen Nummer 1, gehen wir mal von außen um das Gerät rum, wie ist die Verarbeitung, was fällt auf, was halte ich von dem Plastik. Nummer 2, was ist unter der Haube, was fällt mir bei der Benutzung auf, Geschwindigkeit und allgemeiner Eindruck. Und Nummer 3, dann gehen wir noch auf den Preis ein, was mir sonst noch auffällt und dann das Test-Fazit. Also, ich habe ja schon gesagt, grüne Version, das 5C gibt es in bunt, das ist auch hier das, ich sage mal fast Alleinstellungsmerkmal, das ist das Besondere an diesem Telefon. Es gibt 5 Farben, weiß, pink, gelb, blau und grün und leider muss ich sagen, es ist nicht für mich, aber auf den Fotos sieht das Grün doch ein bisschen knalliger aus. In Realität und vor allem auch draußen im richtigen Sonnenlicht, es sieht ein bisschen blass aus. Also es ist weder Kermit der Frosch und vor allem ist es nicht Hulk, es ist halt wirklich ein eher helleres Grün. Ich habe hier mal eben so eine Android-Figur daneben, wirkt in der Kamera wahrscheinlich nicht ganz so, aber diese Standard-Android-Figur ist doch ein bisschen grüner. Hihi, guckt mal, Android auf dem iPhone, höh, naja, ist ja auch egal. Dann, was es noch zu beachten gibt, im Gegensatz zur 5S-Version gibt es das 5C nur mit 16 und 32 GB, keine 64 GB-Version. Aber wir gehen jetzt erstmal ums Gerät rum. Vorne unsere 1,2 Megapixel-Kamera, die 720p aufnimmt, Lautsprecher, also Kopfhörerteil sozusagen, also was ihr euch ans Ohr haltet, egal. Home-Button, ganz normal zum Drücken, kein Touch-ID, kein Sensor hier zum Fingerabdruck lesen, linke Seite die Lautstärke-Tasten und die Mute-Wippe oder dieser Mute-Schalter funktioniert ganz normal, da ist kein Unterschied zu anderen Geräten oder wie man es halt gewöhnt ist. Oben kein Kopfhörereingang, sondern nur der On-Off-Switch, gut zu erreichen, passt von der Größe. Bei 4 Zoll-Geräten finde ich es noch vertretbar, das Ding oben hin zu machen. Wenn es irgendwann mal größer wird, dann bitte an die Seite, aber so ist es gut zu erreichen. Und dann auf der rechten Seite haben wir nichts, nur unseren Nano-SIM-Karten-Slot, also auch hier wird es auf die kleinste SIM-Karte gesetzt. An der Unterseite dann noch unseren Lautsprecher, nochmal ein Mikrofon, unseren Kopfhörereingang und noch unseren Lightning-Anschluss. Also der 30-Pin-Adapter ist wahrscheinlich jetzt endgültig, nicht wahrscheinlich, der ist endgültig weg vom Fenster. Rückseite natürlich nichts, außer unserem Plastik und natürlich die 8 Megapixel-Kamera und der einfache LED-Blitz und nochmal ein Mikrofon und das war's. Und jetzt natürlich, wie ist es verarbeitet, wie liegt es in der Hand? Ich war ja sehr, sehr, sehr skeptisch und auch wer das Unboxing und das Einrichtungsvideo gesehen hat, man muss sich dran gewöhnen, wie ich finde. Ich habe hier noch ein 5er und da muss ich sagen, wenn ich das so halte, habe ich das Gefühl, hier rutscht. Also ihr seht, es rutscht so langsam vor sich hin, wenn man es so hält, ohne es wirklich festzuhalten. Also Finger, Daumen, nichts. Es berutscht auch, aber und hier haben wir mal ein 5S, gleiche Sache, fängt auch an zu rutschen. Und ich habe das, naja, und jetzt kommen wir mal zum Plastik. So, und dieses Plastikzeugs, das rutscht auch so ganz, ganz langsam. Ich weiß nicht, ob ich es richtig einfangen kann, aber es fühlt sich um einiges rutschiger an. Das wollte ich jetzt damit sagen. Ich weiß nicht wieso. Es ist glatt, es ist rund und es ist, es fühlt sich in meinen Augen halt rutschiger an. Ich weiß, es ist blöd zu beschreiben, das ist aber jetzt hier so mein Eindruck von dem Gerät. Und wenn man jetzt mal Pommesdöner oder sonst was gegessen hat und dann noch ein bisschen fettige Finger, dann geht der Spaß erst richtig los. Man hat auch hier schon einen sauberen Trockenzustand, das Gefühl hier so rumzueiern. Es ist halt, sorry, es ist ein hartes Plastik, hier bewegt sich nichts, ich kann nichts eindrücken, wie bei, was weiß ich, einem S4 oder sonst was. Klar, die haben dann Akkuabdeckungen, die sind bewegliche Teile, die kann ich auch komplett rausnehmen. Hier hat Apple mit dem fest verbauten den Vorteil, alles bombenfest zu bauen. Also da knarzt nichts, da wackelt nichts, das ist okay. Aber es ist Plastik. Und ja, jetzt höre ich einige schreien, damals beim ersten iPhone hatten wir ja nur unten den Plastikbereich für die Antenne, der Rest war dann schon Aluminium. Dann kam das 3G und das 3GS, das waren ja auch Vollplastikrückseitengeräte, die waren auch schon so rund abgerundet und das war in Ordnung, da hat niemand geschrien. Und dann kam Apple ja auf die Idee mit dem 4er und dem 4S da die Glasrückseite zu basteln, mit den Fünfern jetzt wieder die Aluminiumrückseite zu machen und so ein bisschen Glas und Keramik oben und unten hinzusetzen. Und jetzt ist natürlich hier der Aufrei, Plastik und wie kann man nur Apple, bla bla bla. Viele schreien rum, ach das ist blöd, andere sagen, jo, ich sage, es ist eh Gefühl, ihr nehmt es in die Hand, Haptik, das ist Geschmackssache. Ich sage ganz klar, so Aluminiumzeugs habe ich lieber in der Hand, vor allem auch die, in Anführungszeichen, Spitzenecken habe ich mich jetzt mehr daran gewöhnt. Und ich sage, und dieses runde, glatte Plastik ist jetzt nicht mehr so meins, aber es ist halt eine Geschmackssache. Ich mag zum Beispiel die 5er, 5S mag ich lieber als ein 4er oder 4S von der Bauweise und mag ich auch besser als das 3G und das 3GS. Sorry, ist halt so. Ich kenne andere, die sagen, das beste Telefon, was sie je hatten, war das 3GS und es wird auch so beim 5C Leute geben, die sagen, das ist das beste Smartphone oder vom Gefühl, was ich je in der Hand hatte. Andere sagen, das ist zum Beispiel die Lumia-Reihe von Nokia, finde ich auch sehr toll. An dieses weiche Plastik von dieser Lumia-Reihe kommt es von außen, vom Gefühl meiner Meinung nicht ran. So, gefällt es mir? Naja, ich habe inzwischen auch mal andere Farben gesehen, da ist das Grün schon fast noch mit am schönsten. Ich glaube, Blau und Weiß fand ich auch noch ansprechend. Pink und vor allem gelb, grausam, aber ebenso, wie er es gerne hätte. So, das war jetzt ein viel zu hoher Laberteil für außenrum, wobei eine Sache, die wurde mir, habe ich nie gefunden, in keinem Video. Ich habe mir gesagt, jetzt nehmen wir hier mal die vergilbte Unterseite. Was ist bei der Kamera? Ich kenne genügend Leute, die das Ding hochkantstellen wollen, um dann ein bisschen Stabilisation hinzukriegen oder auch es wirklich irgendwo hinstellen, auf dem Monitor, um sich damit zu filmen oder sowas. Und das geht hier mit der runden Seite nicht mehr. Zum Vergleich, damit ihr wisst, was ich meine, nehmen wir mal das 5C und tadaaa, das ist kein Problem. So, jetzt machen wir das Video wieder schön mit einem grünen Untergrund, Green Screening und das war es jetzt von außen. Die Kamera ist ein bisschen wieder Millimeter, halben Millimeter eingelassen. Wenn man mal so mit dem Nagel runden geht, dann ist es, dann merkt man diese Umrandung. Finde ich ganz gut, wobei diese Milli-Umrandung natürlich nichts groß rettet, aber wenn ihr es dann auf den Tisch legt, sie ist ein Ticken mehr geschützt. Und von den Fotos gehen in Ordnung, absolut super gute Qualität, vergleichbar wie mit dem 5er oder 5S meiner Meinung nach, auch dunkel. Da hat sich jetzt nicht viel groß getan, da ist ja auch die gleiche Kamera wie beim 5er aktuell drin, kein Unterschied zu merken. Und persönliches Fazit kann ich ja schon mal vorwegnehmen, ich merke da auch bei Nachtfotos mit LED-Blitz nicht wirklich einen großen Unterschied zum 5S, was ja so bei Dunkelheit gelobt wird. Von der Frontkamera hätte ich mir jetzt mehr versprochen, die nimmt immer noch nur 720p auf, da mal ein 1080p-Update hinzulegen. Gut, Apple braucht ja noch was für die 6er-Generation. Ansonsten, Lightning-Anschluss, klar, Kopfhörerausgang unten ist nicht so meins, ihr kennt mich da, ich hätte es lieber oben, aber okay. Was fällt sonst noch auf von außen? Nichts, nichts, nada, niente, passt. Gewicht, schwerer als ein 5er vorher, 132 Gramm glaube ich, aber passt. Also das fühlt sich, allein vom Tragegewicht geht das absolut in Ordnung, da muss man sich nichts jaulen und nichts, passt. Das war es von außen, kommen wir von innen. So kommen wir zu den inneren Werten und auch hier sei mir der Vergleich zum Vorgänger gestattet, denn auch hier steckt der A6-Chip drin, Dual-Core-Gerät, was von der Power aber komplett ausreicht. Ein Gigabyte RAM und auch sonst ist alles gleich. Die Performance ist in Ordnung, was heißt in Ordnung, alles ist flüssig, reinzoomen, rauszoomen. Ich mache ja diverse Tests immer da mit Google Maps, da mit Satelliten reinzoomen, brauche ich aber jetzt nicht zu machen. Es läuft, es rennt, die Kiste reicht von der Power-Dicke aus, aber man kauft natürlich die Apple-Hardware vom Vorjahr. Einziger Unterschied, denn den muss Apple ja auch ein bisschen liefern, ist, dass wir jetzt hier drin ein LTE-Chip verbaut haben, der auch alle deutschen Frequenzen unterstützt. Das bedeutet LTE mit dem 5C nicht mehr allein bei der Telekom, sondern auch bei Vodafone und O2 und keine Ahnung, bei wem sich da E-Plus mit einkauft, aber das ist kein Problem, LTE überall. Ihr bekommt seltsamerweise auch nicht den neuen WLAN-Standard A, C, das super-duper-schnelle. Bleibt alles beim Alten und auch das Display, klar, Apples Standard 4 Zoll, Retina-Teil, nicht Voll-AD-Auflösung. Wir kommen aber trotzdem auf 326 ppi, das reicht aber trotzdem dicke aus. Ich habe jederzeit das Gefühl, alles ist scharf, alle Bilder sind scharf, alle Spiele, die ich spiele, es reicht aus. Aber habt halt im Hinterkopf, ihr bekommt Hardware vom letzten Jahr. Bei der Helligkeit habe ich persönlich das Gefühl, reine subjektive Meinung, es ist ein bisschen heller als das Filme vom letzten Jahr, kann aber, was auch immer, es ist subjektives Empfinden, also schnell genug ist es. Ich habe keine Probleme, weder beim Sprechen noch beim Hören, das haut alles hin. Auch der Lautsprecher ist supi-dupi. Fotos macht das Teil ganz normal. Wirklich ein tolles, tolles, wirklich ein tolles Gerät. GPS-Signal habe ich auch keine Probleme. Ihr merkt, ich versuche so die Alltagspunkte abzuarbeiten. iOS 7 rennt natürlich auf der Kiste ganz normal. Das Zugriffsgedöns von oben nach unten, also das Schnellcenter muss ich keinem erklären, das ist da der Kalender, also mein Notification Center passt auch. Da gibt es jetzt eigentlich nichts, was ich groß erwähnen möchte, brauche. Bei den Fotos, da sei mir aber noch gestattet. Klar, hier wieder mein Lieblingstest. Ihr wisst, ich mache gerne mit HDR Einbilder und die speichern sich sehr, sehr schnell. Das ist sehr schön, das liegt wahrscheinlich auch, also es liegt an iOS 7, es ist, denke ich mal, speichern ist genauso schnell wie auf dem 5er mit iOS 7, aber einen Ticken langsamer noch als auf dem 5S. Ihr seht hier unten an den Einstellungen, Video, Foto, Quadrat, Panorama. Was fehlt, ist die Slow-Motion-Funktion vom 5S. Die gibt es hier drauf nicht. Und auch noch ein Unterschied, wir haben hier standardmäßig immer noch den A6, den 32-Bit-Prozessor. Und der in meinen Augen noch gar nicht so die Vorteile bringt, denn dafür müssen ja erstmal die ganzen Apps auch umgeschrieben werden. Klar, Apple hat das jetzt hier gemacht, die rennen aber auch auf einem 32-Bit-System genauso schnell. Und ich glaube doch, damals war doch der Wechsel auf 64-Bit überhaupt erst möglich, weil so viel RAM, damit die über 4 GB RAM ansprechen konnten. Und selbst wenn die da sonst noch was für Vorteile kriegen, bis dann die ganzen App-Schreiber ihre Apps dann rausbringen. Ich meine, wir erinnern uns doch alle, es gab genügend, die nach einem Dreivierteljahr ihre Apps noch nicht an das größere 5er-Display angepasst haben. Klar, ein paar 20, 30, 40 sind immer schnell vorne mit dabei, aber bis die Masse da hinterherkommt und daraus zieht, also dieser 64-Bit-Prozessor in meinen Augen noch nicht jetzt relevant. Vielleicht in zwei, drei Jahren macht er das Gerät noch ein bisschen mehr zukunftssicher, aber darauf kann man wirklich noch verzichten. Was fehlt, ist dieser M7-Coprozessor, der dann irgendwelche Bewegungstests, Orientierungstests sehr stromsparend verrichten soll. So Spritzzähler, Fitness-Apps und sie darauf zugreifen, aber die gab es vorher auch schon, die waren mit GPS und sonst was auch noch ziemlich genau. Klar, dann wirklich Schritte, so Ding, 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 Ding und die dann angezeigt zu bekommen, das ist natürlich auch was Feines, aber gut, wenn man das dann weiß, dann greift man halt zum 5S und nicht zum C. Ansonsten, klar, die bunten Leute greifen, was heißt, wer es bunt mag und ohne Hülle rumlaufen kann. Ich muss aber auch sagen, wenn ich ein buntes Smartphone will, dann kann ich auch einfach Aufkleber drauf packen oder es in eine Hülle packen. Da bräuchte ich jetzt nicht wirklich das. Damit sind wir auch beim Teil 2 meiner Meinung nach durch. Da läuft alles 1A und wir kommen jetzt zum Preis und zum Fazit und was mir sonst noch so durch den Kopf schießt. Da muss ich sagen, wir haben jetzt hier ein Telefon für 600 Euro, das das gleiche bietet wie das 5er, nur in bunt, nur schwerer und mit Plastik. Aber dafür dann auch mit einem LTE-Chip, der überall funktioniert, wenn das für jemanden wichtig sein sollte. Ich muss sagen, auch ich habe mit einem günstigeren Preis gerechnet, wobei ich habe auch gesagt, wenn Apple jetzt das 5er normal einstellt, das wurde ja früher immer dann 100 Euro günstiger, das Vorgängertelefon und das war dann das Billigtelefon bei Apple. Das fällt jetzt flach, also bleibt dieser Preisspot sozusagen unbenutzt und da setzt Apple das 5C rein und ja, natürlich hätten wir es alle besser gefunden, wenn Apple das Ding für 200 Euro raushaut. Okay, oder sagen wir mal für 400 oder 500 Euro wären wahrscheinlich auch ein realistischer Preis gewesen. Dann würde wahrscheinlich jeder davon sagen, warum eigentlich nicht? Vor allem, wenn dann das 5S 700 Euro kostet, also 200 Euro Unterschied. Wenn ihr jetzt von mir eine Empfehlung haben wollt, dann sage ich, wer ein buntes Smartphone will, unbedingt, so ein grünes Teil, den hält man davon nicht ab, der gibt da auch 600 Euro aus. Wer 700 Euro ausgeben will für ein goldenes, den wird man damit auch nicht stoppen. Das sind halt nicht mehr, Apple setzt nicht mehr auf Rationalität. Das ist Gefühl, Apple ist bei sowas wirklich purer Emotionskauf, Verleiter und das ist halt dann einfach so. Und es gibt genügend, die sagen, ich will ein buntes iPhone oder ich will das neueste iPhone. So, wer jetzt aber von mir etwas hören möchte für Tante Erna. Für Tante Erna reichen auch noch ein Vierer, die Vierer-Generation, wobei ich persönlich nicht mehr auf die Vierer-Generation setzen würde. Einfach, weil das Vier-Zoll-Display, das größere, der neue Standard ist bei Apple und genauso auch der Lightning-Anschluss der neue Standard ist. Deswegen hätte ich auch kein Problem damit, Leute mit einem gebrauchten oder neuen Fünfer-Restbeständen auszustatten. Überhaupt kein Problem. Die laufen, ihr wisst es, ich habe jetzt hier drei Generationen oder drei verschiedene Klassen nebeneinander liegen. Das Fünfer läuft genauso wie die anderen im täglichen Einsatz. Da ist kein Unterschied zu merken. Also ein gebrauchtes Fünfer-Tuts-Dicke auch noch. Wer mich jetzt fragt, soll ich ein 5C kaufen oder doch die Kohle ins 5S stecken, muss ich sagen, wie ihr es möchtet. Möchtet ihr die Plastik, was heißt Plastik, möchtet ihr es bunt und so haben, dann greift zum 5C. Wenn ihr es nicht bunt haben wollt, das ist jetzt nicht wirklich eine Kaufberatung. Ihr merkt, man tut sich da wirklich schwer. Ich habe totale Probleme damit, den Aufpreis, sagen wir mal so, ihr bekommt ein gebrauchtes, gut erhaltenes Fünfer für 500, ein neues 5C für 600 und das hier für 700. Ich habe halt wirklich ein Problem, schwere Probleme hier mit diesem 200 Euro Aufpreis hierauf zu rechtfertigen. Allein mit so einem Sensor mit dem 64-Bit-Prozessor, den man mich merkt und mit dem Doppelflash und dem besseren Fotoding, was mir in der Praxis auch nicht wirklich aufgefallen ist, zu rechtfertigen diese 200 Euro. Ich habe aber in gleicher Art und Weise ein Problem damit, die 100 Euro oder die theoretischen 100 Euro Aufpreis vom Fünfer zu rechtfertigen. Es sei denn, jemand braucht wirklich dieses LTE-Band auch für Vodafone oder O2. Dann, ja, dann klar, wenn er diesen Geschwindigkeitsvorteil nutzen will, dann kommt er halt da nicht dran rum. Ich persönlich finde natürlich das 5S dann doch das tolle oder das geilere Fon, weil ich einfach vom Aussehen mehr mag, das Aluminium. So ist jetzt Schwarz, Silber oder Gold oder Space Grau in dem Fall. Aber das Gimmick hier mit dem Fingerabdruckbläser, das macht schon Spaß, auch wenn ich von der verbesserten Kamera oder dem 64-Bit-Prozessor halt noch nichts merke. Vielleicht kommt das ja irgendwann. Ja, das soll es gewesen sein, S5C auf jeden Fall ein super, ein tolles Allround-Smartphone. Reicht für Oma, Tante bis zum Nerd oder sonst was. Das ist halt ein Gerät, die eierlegende Wollmilchsau. Es macht Spaß, es ist toll, es ist aber in meinen Augen aber auch wirklich, wirklich, wirklich teuer und hart an der Grenze, dass man fast sagen muss, noch ein bisschen teurer und man greift doch wirklich direkt zum S. Ja, so, jetzt bin ich wirklich überall drüber gegangen. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwas Sinnvolles in diesem langen Video zum 5C erzählen. Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!